Einer der Nachbarn war hochgeklettert und hat den Mund gesichert und von unten mit dem Gartenschlauch nassgespritzt. Und das war auch eine sehr mutige Tat. Wie es überhaupt zu dem Land kam und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Eines ist aber sicher, das Haus ist unberübbar. Sie schlagen meist dort zu mir, wo viele Menschen aufeinander treffen. Taschendiebe. Auch im Fall von Renate Bochmann. Einer der Nachbarn.